Hallo, ich bin der Andreas bzw. Smuka aus Frankfurt. Zusammen mit noch einigen anderen sind wir das Klicken-Abend-Team. Auf unserer Homepage befinden sich viele schriftliche Spielerezensionen, Videoberichte sowie unsere beliebte Messevorschau. Aber auch Neuigkeiten rund um Gesellschaftsspiele, einen eigenen Podcast und Interviews. Nach einer Umfrage Ende 2016 wollten viele unserer Leser einen YouTube-Kanal und genau diesen haben wir jetzt umgesetzt. Hier findet ihr Videos zu Gesellschaftsspielen, aber auch das ein oder andere Interview. Doch keine Sorge, auch unsere älteren Videos können nach wie vor über unsere Homepage abgerufen werden. Ihr habt die Möglichkeit, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren und verpasst somit keine Videos. Oder ihr klickt einfach auf unsere Homepage, denn hier gibt es mehr als nur Videos zu entdecken. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr uns natürlich direkt über YouTube oder unsere Webseite kontaktieren. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen. Ciao, ciao!